Hallo und Willkommen in der Büchergalaxie. In diesem Video geht es um das Buch Der Ickerbock und das Buch wurde von J.K. Rowling geschrieben und als ich das Buch bekam, wusste ich schon, dass ich das wirklich toll finden würde, weil J.K. Rowling hat auch alle Harry Potter Bände geschrieben und ich fand die auch super. Der Ickerbock kommt vom Verlag Carlson und ja, als ich das Buch bekam, da dachte ich erstmal so, von wann ist das Buch denn? Sieht relativ neu aus, dann habe ich geguckt und dann war ich wirklich erstaunt, als da die Zahl 2020 stand. Das Buch kam 2020 heraus, ich habe es auch 2020 gelesen. Ich habe noch nie so ein frisches und so ein neues Buch gelesen und es war dann auch sehr spannend. Ich habe es auch wieder in drei Tagen gelesen oder so und dann, weil mich das interessiert hat, weil J.K. Rowling kam 2020 raus, das sind schon zwei interessante Sachen. Dann habe ich einfach mal das Vorwort gelesen und das war noch viel noch interessanter, weil, ich kann die Seite mal ausschlagen, die Idee für den Ickerbock hat die bekommen, weil Ickerbock leitet sich von Ichabot ab, das heißt so viel wie Ruhmlos oder Der Ruhm ist vergangen und wenn ihr die Geschichte lest, werdet ihr, glaube ich, auch erfahren, warum sie diesen Namen gewählt hat. Man merkt schon, dass da dann so eine kleine Spannung drin ist und das Witzige ist, sie hat den Ickerbock immer zwischen den Harry-Potter-Bänden mal zwischendurch geschrieben, ein bisschen, aber nie so richtig vollendet, immer nur so ein bisschen und so hat dann das ihren kleinen Kindern auch vorgelesen, aber dann wurde die Harry-Potter-Reihe zu Ende geschrieben, hat, hat die erst mal fünf Jahre lang Pause gemacht und dann wollte die erst mal keine Kinderbücher mehr schreiben und deswegen kam der Ickerbock auf den Dachboden über ein Jahrzehnt lang und dann irgendwann, das wäre bestimmt auch auf dem Dachboden geblieben, aber es blieb nicht auf dem Dachboden während der Covid-19-Pandemie, weil Joanne Key-Rolling kam eine richtig, richtig gute Idee, wie ich finde, denn sie hat sich gedacht, weil Millionen von Kindern sitzen zu Hause wegen der Pandemie und so im Lockdown und dann wollte sie denen irgendeine Beschäftigung geben und deswegen hat es keine so echte Illustratorin die Bilder gemalt, sondern es haben die Kinder die Bilder gemalt. Online hat die das Buch einfach kostenlos ins Internet gestellt und dann durften Kinder, in dem Buch sind ein paar Bilder von 7-Jährigen, ein paar von 14-Jährigen, durften einfach Kinder Bilder für dieses Buch malen und ein paar wurden dann halt auch ausgewählt und ich finde es immer schön zu sehen, hier zum Beispiel, wenn die Kinder hier so ein Bild malen, zum Beispiel schon das erste Bild hier, so farbenfroh, man sieht auch, dass sie manchmal übergemalt hat und es ist einfach schön, so ein Kinderbild zu sehen und hier unten, finde ich, ist es auch immer sehr interessant, wie alt das Kind ist da und von wem es ist und hier gibt es halt auch noch ganz andere Bilder, hier so ein Metzger und man sieht auch richtig, dass es, also es ist, man denkt, es ist wirklich in diesem Buch direkt gemalt, es wurde aber halt gedruckt, aber es sieht wie echt aus, hier zum Beispiel, hier elf Jahre alt, ist ganz schön und man kann hier halt, alle Bilder sind hier von Kindern gemalt und das ist halt eine, ich fand, eine richtig coole Idee von J.K. Rowling und das macht das Buch auch wirklich sehr interessant, aber in dem Buch geht es erstmal um, ja, der Ickabock und wie gesagt, der Ickabock ist eigentlich, eigentlich böse, aber in dem Buch werdet ihr erfahren, warum ich eigentlich sage, auf jeden Fall gibt es auch andere Böse und die anderen Bösen sind Menschen, weil die, also erstmal ist das nur so eine, äh, Sage oder eine Legende, dass es den Ickabock gibt, aber dann sagt jemand, es gibt den Ickabock wirklich und dann reisen die, äh, in das Land, wo, wo der Ickabock sein sollte und dann aus Versehen, das ist jetzt mal nicht ernst, aus Versehen, erschießen die zwei Freunde von dem König, äh, einen sehr hohen Mann, also der sehr wichtig in dem Land ist, also das bemerkt keiner und die wollen das natürlich nicht zugeben und deswegen versuchen die daraus, Lügen zu machen und alles zu machen und das Buch wird von Seite zu Seite immer schlimmer, weil die immer mehr Sachen machen, die einfach nicht zu glauben sind. Man weiß halt, dass es eine Lüge ist, aber wie die Lügen, das ist einfach nur krass und was sie auch opfern dafür und die sagen, den sie erschossen haben, der, der sei vom Ickabock angegriffen worden und das ist natürlich schon die erste Lüge, weil sie ihn halt erschossen haben und dann haben ganz viele Angst vor dem Ickabock, dann machen sie eine Ickabock-Steuer und dann bekommen die das ganze Geld und die sagen so, dass das für die Wehr gegen den Ickabock ist, aber irgendwann sind die alle am Verhungern und die sind ganz reich und die Opfern sogar leben dafür, um diese Lüge abzuhalten und es passiert sehr viel Schlimmes in dem Buch und es ist einfach nur krass, weil man weiß schon von Anfang an, dass es nicht so ist, wie die es sagen, aber die Lügen immer weiter, machen immer weiter schlimme Sachen und dann denkt man sich auch nur so, wie kann das sein und das Buch hat so 345 Seiten circa und das Krasse ist, es ist nicht ein normales Buch, es ist ein Buch, ja, aber es ist ein Märchen, ein Märchen, ja, weil es hat alle, es hat so viele Kriterien, die ein Märchen hat und die auch das Buch hat, zum Beispiel vor langer, langer Zeit fängt es an oder so ähnlich und man erkennt auch, also es ist so typisch wie so ein Märchen geschrieben und es soll auch ein Märchen sein, da vergehen zum Beispiel in zwei Sätzen einmal sechs Jahre, das ist halt, aber es zieht einen wirklich so in Bann, also es ist jetzt nicht so Rotkäppchen zehn Seiten lang, es ist wirklich so ein Buch, in Anführungsstrichen, aber es ist ein Märchen. Also es ist schwer zu verstehen, aber ja, es ist halt einfach nur krass, was die alle anstellen und das Land wird halt immer ärmer und viele Leute sterben und dann basteln die so Kostüme, dass es den Ickerbock wirklich gibt und dass die immer weiter diese Steuern zahlen, also es ist wirklich, man will es nicht weiterlesen, aber es ist halt trotzdem so spannend, dass man weiterlesen muss und am Ende hat es natürlich ein Happy End und ich fand das Buch einfach nur richtig cool. Ciao.